Ich bin die Tochter eines Galpatianischen Oberst. Da jetzt mein Vater Ihnen untergeben ist, wollte ich mich vorstellen. Ich habe hier ein Geschenk mitgebracht. Ich habe hier ein Geschenk mitgebracht. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde für euch tanzen, in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen, eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit der Illusion verschmelzen und Galbadia als treuer Untertane mit ihr. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020